Willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale. Das im Hintergrund ist meine 360, ich bin bei meinem Vater, da habe ich auch noch die, bei meiner Mutter steht die beste Sonsole. Ich nehme das jetzt gerade alles wieder mit meinem alten Handy auf, auch mein Fußball-Support-Kanal, weil meine richtige Sendung wieder kaputt ist. Wo ist denn raus? Ah, meine Toilette. Ist mir hier reingefallen. Nicht aus der Hosentasche gefallen, aus Dummheit aus der Hand gefallen. Ja. Geil, oder? Wenn euch schon mal ein Handy kaputt gegangen ist, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben und schreiben auch warum. Das würde mich auch interessieren. Ah, hier kriegst du. Was kriege ich hier? Ah, irgendeinen Rotz. Hier angreifen. Nebenbei spiele ich jetzt noch das Spiel hier, aber in der Konsole kurz zufänge, dachte ich, dass ich das höchste öffne. Dieses, hmmm, wird gar nicht betreffen, wenn sie lauter hier nicht spielen. Das hört sich genau so an. Obattere, wenn ich jetzt ein paar Halt oder andere schreibst, muss ich wirklich. Oh, jetzt ist das B worked. Aber ich habe es gar nicht so richtig geRIST. Okay, aber ich weiß nicht. Oh. Ich habe es so großartig. Das war's für heute. aber trotzdem ich habe dann noch mein boogiebomb nur die Töte von Kölkern Jo, geil die können echt gepushen die sind gerade schon in der Verteidigung das greift doch nicht an Verteidige dich Ich habe den Kampfer gestern. Und dann seid da in dieser Zeit, man kann ja nichts mehr machen, wenn er nichts mehr Ja, dann haben wir hier noch ein paar Wälder zu machen Ja, dann haben wir hier noch ein paar Wälder zu machen Dann sind wir noch ein paar Wälder dabei Macht nur Gold, ok, 3 Wälder auch ok Ich versuche mal selbst, benutze ich nicht Kleine Erdbeben benutze ich nicht Wunderbar ist mal egal, keine ist ok Ich nehme mal den Nagel, dann muss ich jetzt nicht so hoffen Ich hoffe, ihr habt euch heute das Video gefallen Bis zum nächsten Mal Ja, die Videos kommen so früh, weil ich keinen Bock habe, sie morgens machen und dann mein kompletter Tag raport ist Und schlafe ich lieber vorher erstmal noch Tschö, Leute